Leute, jetzt willkommen zurück zu Subnautica, in dem ich keine Ahnung hab, was ich machen wollte. Fasergewebe wollte ich gern haben, aber wie krieg ich das Fasergewebe? Ne? Hm. Ne Batterie brauch ich nicht, ne? Ich hätte das Gefühl, wenn euer ganzer Mond, äh, ja, äh, kribbelt. Ähm, ach doch, Kabelsatz brauch ich. Kabelsatz, Kabelsatz, Silber eher zweimal. Ich glaub, ich begeh mich mal auf Ressourcen. Auf jeden Fall, Ressourcen war's. Okay, das heißt, Quartz nehm ich mal da, Blei, Gold, ey. Egal. So. Ich brauch was, Silbererze oder so? Ey. Okay. Brau nicht. Chlorbleiche. Glas. Was brauch ich nicht? Äh, Energiezelle. Computership. Kabelsatz. Ähm. Wie kriegt man Fasergewebe? Das ist die Frage. Kabelsatz brauch ich, okay. Krieg ich irgendwo Kabelsatz? Silbererz, okay. Jetzt haben wir mal Silbererz. Mal gucken, wo das ist. So. Hallo. Ne, ne. Ne. Wer? Wartet mal kurz, Brille. Ich glaub, ähm. So. Ja, ist ein bisschen laut. Aber. Ja, ich glaub, so geht das nicht. Sorry. Ich guck grad bei meiner Einstellung. Weil, wenn ich rede. Dass ich mich auch selber holen will, aber. Irgendwie nicht. So. Ja, jetzt. Jetzt krieg ich kaum was mit Sound mit. Ich glaub, so ist in Ordnung. Ich will zwar nicht mich komplett selber, aber ein bisschen. So. Was ist das? Ich hab doch jetzt einen Scanner. Jo. Wait. So. Ja. Ist auch nicht schlecht. Yes. Okay. Silbererz. Das heißt, wir müssen in eine Höhle. Vielleicht eher darunter. Aber auch gucken nach Fragmenten. Hm. Nein. Das ist der. Hm. Hm. Die tauchen mal eben auf. Ja. Genau so. So. Wieder runter. Ich muss aber aufpassen, dass sie mich nicht kriegen. Oh. Vielleicht. Ich denke, ich bin voll falsch. Aber nein, nein. Okay. Okay. Scanner. Okay. Das ist Gold, oder? Was war das? Ähm. Kupfererz. Silber, ne? Ja. Ja, nö. Ist das ein Fragment? Das nehm ich noch mit. Hi. Welches Fragment bist du? Lol. Fragment der mobilen. Okay. Dankeschön. Was ist das denn? Kreaturen, eine. Hm. Eigentlich wollten wir ja nie. Woanders, ey. Aber es hat sich jetzt erledigt. Oder doch nicht. Kann ich das scannen? Ja. Komm. Einfach alles scannen. Das Ganze. Mehr scannen. Hier vielleicht. Fragment der mobilen. Ja. Fragment der mobilen. Fragment der mobilen. Wo kam der jetzt her? Da. Nochmal nehmen. Hat der? Ne, hat der natürlich nicht. Hm. Da. Was? Artigen Nessel. Nessel. Quarz. Das muss er. Okay, hab ich schon. Quarz. Sonst ist sie nichts. Ne, kann ich auch nicht. Ups. Titan. Okay. Naja. Jetzt bin ich wieder hier. Ist hier drin. Einmal auftauchen und dann wieder runter. So. Und jetzt. Ist das aufpassen? Was? Durch den. Warum kommt der durch den Felsen? Ist der Lobe? Titan. Ah. Schwächige Pflanze. Gerne. So. Alter. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Kupfer. Hallo. Gut. Lochfisch. Werd mal. Ich kenne dich. Hä? Stilauge? Wait. Ich hab dich noch nicht. Bitte. Hallo. Danke. Danke. Einheimische. Wo war der? Aber hier. Why not, ne? Den hatte ich noch gar nicht. So. Auch wenn es... Danke. Jo. Und dann geht's gleich weiter. Uh. Uh. So. Weiter. Aufpassen. Aha. Titan. Paddelkäfer. Heißt ja, nein. So. Kupfererz. Auch Silbererz, ne? Ja. Hi. Okay. Nee. Brauch ich eine andere. Hab ich eine Dings mit? Medizin? Nee. Äh. Wo war denn hier? War ich eben nicht hier oben? Ah. Blaupal, ne? Nehme ich mal mit. Einmal. So. Er weiß, was sie bringt. Ach da. So. Einmal bitte. Nein. Nochmal bitte. Aber wo finde ich Silbererz? Ich fahre nicht mal weiter bis hin dahin. So. Okay. Hm. Hier schon mal nicht. Medizin heute habe ich schon mal zu scampen. Nee. Habe ich nicht. Habe ich schlecht. Scanne ich erst nicht. Habe ich den schon gescannt. Okay. Tschüss. Ob der lecker ist? Tischkorale. Fragment. Nee. Alter. Lass mich raus. Was soll das? So. Hm. Ja. Silbererz. Hier schon mal nicht. Auch nicht. Hm. Kann ja ein bisschen tiefer. Aber bringt auch nicht viel. Außer paar Bücher. Ein bisschen hoch. Guck ich mal hier. Hier. So. Okay. Kommt ein ganz anderer Sound. Aha. Hier war ich aber schon mal drin, ne? Oh, ja. Ich dachte, da kommen jetzt schon wieder welche. So. Die explodieren. Das ist ein Carryfish. Okay. Aufpassen, das ist nicht so recht. Nein. Nein. Oh, nee. Ich bin gleich tot. Ach, nee. Ist mir jetzt ein bisschen zu gefährlich. Einer kann mich jetzt schon... ...wann ich brauche. Hi. Silbererz. Hier auch? Titan. Gut, der hat mich nicht gesehen. Ticke. Äh, äh. Bitte nicht. Nein. Ich scanne dich. Ich scanne dich. Bitte lass mich. Danke, Schlingfeil. Ach, nein. Ich gehe mich nicht überheilen. Ich meine, der mich jetzt bis zum Lebensende verfolgt. So. So. Nee, ne? Nee. Nein, ich habe nur einmal Silbererz. Ich brauche irgendwo ein zweites. Na? Sieht sehr schlecht aus. So. Hm. Nö, ne? Nee. Oh, ich hoffe, ich kaufe nichts. Was mich tötet? Also, ich bin gerade ein bisschen Whisky... Habe ich noch nicht? Sehr Whisky... ...unterwegs. Hi. So. So zu. Nein, du. Bleib doch hier. Rüsseltier. Ei, 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 ei. Hm. Bleib hier. Nein. Ja. Säurekapselmanati. Weiß das. Wir nennen ihn Rüsseltier. So. Hm. Nein, 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 nein. Nein. Ich hasse diese Fische. Die... Du hast ein paar. Silbererz wenigstens. Jetzt habe ich wieder Hunger. So. Einmal. Hm. Okay. Hm. Okay. Hm. Okay. Ich mach das. Ich möchte jetzt gern... Nein. Wo ist denn der? Wo ist mein Fisch? Ja, der nicht. Ich glaube, ich habe den schon aus Versehen gegessen. Prägt aber nichts. Ich möchte gern... ...noch ein Silbererz finden. Ah, ist blöd, dass ich jetzt gestorben bin. Aber naja, passiert. Tomate, tut weh. Hm. Kreaturen-Eye. Okay. Jetzt kein... Äh, das ist nicht das Ding, oder? Nee. Äh, tschüss. Nein. Alter, wie schnell ist das Ding? Ha. Ich hasse es. Ich hasse es jetzt schon. Ich will doch nur Silbererz. What the... Sandtei? Was zum Teufel? Oh Gott. Ich steck hier fest. What the fuck? Ist einfach ein Sandtei drin. Der verpackt ist. Sorry, wenn ich gerade nicht rede, aber... Hi. Lass dich mal bitte scannen. Braucht dich. Danke. Oh, jetzt kommt auch noch der. Ei, nee, nee, nee. Das könnte er nicht machen. Ich dachte schon, da kommt der. Ei, 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 ei. Lass mich bloß alle in Ruhe. Wo ist mein Schiff? Da. Mann, Mann, Mann. Ja, Kupfererz, ne mit? Hm. Ich brauche noch mehr. Ich brauche noch mehr. Ähm. Mann. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Ach, Mann, komm. Okay. Wenn jetzt irgendwas kommt... Nee, ne? Ist gar nichts. Danke, Anfang. War noch ein Silbererz. Dafür muss ich tausend Meter tief... Äh... Dingsen. Tauchen. Darauf habe ich keinen Bock. Zwar schon, aber... Wie denn bis dato, wenn ich nichts habe? Ich bin einfach nicht weitergekommen. Außer halt hier ein Tod. Na ja, dann würde ich sagen... ...und schon mal danke fürs Zuschauen. Und bis dennne. Dدا β Vielen Dank.